Kommen dann die gleichen Tiere ins Hölle? Nein, die Tiere, bei den Tieren ist das so, die Tiere kommen weder ins Paradies noch in die Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala richtet zwischen ihnen und jedes Tier bekommt sein Recht zurück. Und dann verwandelt Allah die Tiere in Staub. So sagt es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Die Tiere werden dann in Staub verwandelt.